Das erste richtige Foto! Sarah und Domi zeigen ihre Mia Rose Am 27. 25. November war es endlich soweit, Sarah und Dominik Harisons, 26, Prinzessin erblickte das Licht der Welt. Schon bald überraschten die frischgebackenen Eltern ihre Anhänger mit ersten Babypics. Jetzt schießen die E-Leute gleich ein paar weitere hinterher und zwar von ihrem ganzen Gesicht. Dürfen wir vorstellen. Unser Glück, für das es keine Worte gibt. Unsere Liebe, die Gestalt angenommen hat. Eine Hand, die zurückführt in eine Welt, die man längst vergessen hat. Prinzesss Mia Rose Harrison. Mum und Dad lieben dich, platzt die neue Mama in ihrem neuesten Instagram-Post vor Glück. Das Bild zeigt das Engelsgesicht zum allerersten Mal in seiner vollen Pracht. Und eines steht bereits jetzt fest, der süße Knirp der Influencer schlägt sich vor der Kamera genauso prima wie seine Eltern. Auch der Dadi gewährte vor seinem ähnlichen Schnappschuss bereits in seiner Instagram-Story einen kurzen Blick auf sein Familienglück, so, die Kleine ist versorgt, jetzt essen wir, lautete sein Kommentar zu der süßen Momentaufnahme. Der Schnappschuss zeigt ihn mit seiner Herzdame im gemeinsamen Wohnzimmer. Obwohl hinter dem Paar ein riesiger, geschmückter Weihnachtsbaum zu sehen ist, gebührt alle Aufmerksamkeit aber der klitzekleinen Person daneben. Der Familiennachzügler liegt im Maxikosee und beobachtet das bunte Tannenwunder. Auch die ungeschminkte Mumy und starke Dadi könnten nicht glücklicher aussehen. Freut ihr euch schon auf weitere Pics der süßen Rose?. Hebrot. ��안 Hoho Oh 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 . Gem replace rêcher mit paleHS. You tastes like broccoli där und Matt Kass. Was Oh 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 Oh. Bis zum nächsten Mal.